Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Danke erstmal fürs Einschalten. Wir drehen heute auf, entspannt. Ein Vlog vom World's Finals. T1 vs. Weibo wird auf jeden Fall ein Banger. Und ja, wir haben 8.44 Uhr. Um 9 Uhr beginnt, glaube ich, das erste Spiel. Okay Leute, das erste Spiel fängt jetzt an. Ich glaube so in 10-15 Minuten. Meine Prediction ist, ich denke mal, das wird ein Knack gegen das 3-1 Team. Weil die hatten auf jeden Fall eine viel stärkere Schedule, sag ich mal. Die haben ja gegen JDG gespielt. Und haben krass dominiert. Deswegen finde ich, das Team von uns sind die Favorites. Der erste Spiel. T1 hat ihn gestoppt. Ich fand nicht mal deren Draft besser. Um ehrlich zu sein. Ich fand Weibo's Draft besser. Aber das sagt einfach nur aus, dass sie noch viel besser sind. Ich denke, die machen 3-1, 3-0. Und ja, mal gucken. Wurde einmal weggestoppt. Alles für die Fans. Alles für die Fans, man. Zusammenhört. So Leute, das zweite Game ist jetzt vorbei. Ja, T1 ist komplett am Stompen. Ist auch im zweiten Game. Der hat einen sehr ähnlichen Draft wie im ersten. Top-Lane, Aatrox-Counterpick. Gumayuzi mit 1. Game Kalista, 2. Game Draven. Also komplett zum Early Game. Lame Pryo. Und Felker wieder mit Playmaking. Man merkt einfach das Top-Dev. Und auch so Drafting-wise. Wissen ja auf jeden Fall, was die zu tun haben. Deswegen denke ich mal, wird das ein schnelles 3-0 für T1. Ja, Mann. Felker wird wieder Weltmeister. Wird dann, denke ich mal, retiren. Auf Entspannen. Und jetzt holen Sie sich den Weltmeister. Faker zum 14 Mal aneigniger Rekordhalter. Das war's mit dem Vlog. Ich hoffe, euch hat es gefallen. T1 wurde jetzt Champion. Das war ein schnelles 3-0. Und ja, sehr auf jeden Fall Faker gegönnt. Dass er noch einmal Worlds gewonnen hat. Vielleicht gewinnt er das nächste Jahr wieder. Weil das Roaster war schon krass. Aber ja. Dann, wie gesagt, nochmal danke fürs Einschalten. Und man hört sich. Ciao.